Steinhof ist eine alte Ortsbezeichnung, die sich von den ehemals in diesem Gebiet befindlichen Ortagringer Steinbrüchen und Steinlagern, welche Steinhöfe genannt wurden, ableitet. Damals gehörte das Gebiet zum Land Niederösterreich, dessen Landtag im Jahr 1902 den Beschluss zum Bau einer Landesheil- und Pflegeanstalt fasste. Diese wurde auf jenem Teil des Gebietes, der den Flurnamen Spiegelgrund trägt, errichtet und gleichzeitig wie das Sanatorium Baumgartnerhöhe im westlichen Teil der Anlage im Jahr 1907 eröffnet. Heute gehört das Gebiet zum 14. Bezirk Penzing in Wien. Otto-Wagner-Spital Das heute vom Wiener Krankenanstaltenverbund geführte psychiatrische Krankenhaus und pulmologische Zentrum der Stadt Wien wurde nach Plänen von Otto-Wagner errichtet und 1907 eröffnet. Es besteht aus 60 Pavillons, die von Carlo von Burg entworfen wurden, wie auch das Jugendstiltheater im Zentrum. Im Jahr 2000 wurden unter der Bezeichnung Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartnerhöhe Otto-Wagner-Spital mit Pflegezentrum 5 Gesundheitseinrichtungen zusammengefasst Otto-Wagner-Kirche Den visuellen Höhepunkt bildet die Kirche zum heiligen Leopold von Otto-Wagner. Nach ihrer auffälligen Kuppel, die einer halben Zitrone gleicht, wird der Ort auch Lemmeniberg genannt. Die Kirche am Steinhof wurde 2007 wieder eröffnet, nachdem sie wegen Gesamtrenovierungsarbeiten mehrere Jahre gesperrt war. Sie gehört zu den schönsten Jugendstilbauten Wiens. Gedenkstätte zur Geschichte der NS-Medizin in Wien Im Zentrum befindet sich auch die Gedenkstätte zur Geschichte der NS-Medizin in Wien mit Mahnmal und Ausstellung. In der damals am Spiegelgrund genannten Anstalt wurden zahlreiche Euthanasie-Morde begangen. Steinhofgründe Die nördlich angrenzenden, 45 Hektar großen Steinhofgründe waren einst ein Teil der Krankenanstalt und wurden gärtnerisch genutzt. Noch heute befinden sich dort zahlreiche alte Obstbäume, die mit ihren teilweise dicken Stämmen und ihrem hohen Anteil an Alt- und Totholz ein in Wien einzigartiger Lebensraum sind. Seit 2009 wurden von der MA 49 Wiener Forstamt über 400 junge Obstbäume alter und bewährter regionaler Sorten nachgepflanzt, um den Charakter des Gebietes zu erhalten. In den 1950er Jahren stand auf dem Gelände ein Mittelwellensender, von dem aus das Programm Rot-Weiß-Rot der amerikanischen Armee ausgestrahlt wurde. Die Betonfundamente sind heute noch vorhanden. In den 1970er Jahren gab es Pläne, das Areal zu verbauen. Da sich jedoch bei einer gemeindeweiten Wiener Volksbefragung vom 10. bis 12. Dezember 1981 zeigte, dass die Mehrheit der Bevölkerung das Projekt ablehnten, von mehr als 267.000 teilnehmenden Personen waren 53,46 Prozent gegen das Projekt, wurden die Steinhofgründe schließlich als vom Forstamt der Stadt Wien betreutes Erholungsgebiet erhalten. Zukunft Im April 2006 wurden Planungen veröffentlicht, nach denen die psychiatrische Abteilung im östlichen Teil des Otto-Wagner-Spitals an andere Standorte verlegt werden soll. Der Bereich soll dann für Wohnungen, Hotels oder Geschäftslokale genutzt werden. Die bestehenden Gebäude sollen dabei jedoch nicht wesentlich verändert werden, sodass das Gesamtensemble erhalten bleibt. Es gibt gegenüber diesem Vorhaben Kritik seitens der Parteien Grüne und ÖVP. Nach deren Interpretation der Pläne wäre es sehr wohl möglich, dass dann derzeit bestehende Grünflächen verbaut werden. Der Mitte Dezember 2006 beschlossene neue Flächenwidmungsplan für den Steinhof erscheint gegenüber den ursprünglichen Vorhaben gemildert. Nach einem Teilverkauf des Spitalsgeländes an zwei größere Bauträger haben sich die Baupläne konkretisiert. Hörfunk Heike Tauch Steinhof ist überall Die Wiener Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof Untertitel des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020